Hallo und herzlich willkommen zurück zu CityBowNation und mit dabei wieder Negris, hallo. Yeah, ich kippen. Ja, okay. So, und mein Shader, der backt natürlich wieder rum, das ist cool. Ja, sehr nice. Wie bist du denn, so ein Buggy Shader, das ist immer cool. Ey, das ist das beste, was es gibt. Auf jeden Fall. Achso, das hast du schon geschafft. Hat das neulich auch in deiner Folge gesehen, da hat das Wasser so ein bisschen rumgebackt, oder? Ja, das ist roh-nervig. So, und ich hab jetzt hier diesen Mod installiert, dass man hier die Kisten sortieren kann. Kann ich auch mal gleich über deine Kisten drüberfahren, wenn du magst. Das ist nämlich so viel einfacher, wenn man das einfach mal so eben sortieren kann, da hat man viel bessere Übersicht. Und irgendwie, ich hab mir grad nochmal Sachen neu installiert, auch OptiFi nochmal reingemacht und so. Und irgendwie sind die Sachen ganz anders eingestellt hier. Okay. Ja, das hatte ich neulich auch, da musste ich irgendwas neu einstellen. Und dann war die, die Sounds waren wieder so laut und alles. War ganz komisch. Und meine Sprint ist, hast du auch grad ganz woanders gewesen und so. Richtig, richtig seltsam. So. Und irgendwie mein Shader. Jetzt wiederum? Ne, okay. Jetzt geht's. Gut. Das ist doch cool. Und ich hab gehört, du hast jetzt angefangen, ein Haus zu bauen. Genau, ich hab mit dem Grundriss so ein bisschen angefangen. Ah ja. Und das machst du quasi um deinen Baum herum dann? Genau. Was soll das Fundament sein? Und ich hab endlich mal nen Mülleimer in der Stadt. Eimer? Also hier in meinem Haus ist der drinnen. So. Oh. Ja, die Animation bin ich an. Okay. Oh cool. Kann dann ganz leicht mal reinfallen und sterben oder den Müll entsorgen. Wie hast du das geplant mit dem Dach? Weiß ich noch gar nicht. Vielleicht soll das an meinem Baum so anschließen, an das, also dass quasi mein Baumhaus das Dach wird. Das wär ja richtig, das wär ja richtig hoch dann. Ja. Das wär dann wie so ein Klart. Das würd ich nicht machen, dass die dann, was weißt du was du machen könntest? Aber mein, mein Baumhaus ragt ja auch über die Mauer rüber, das wär dann scheiße, ja. Weißt du was gut aussehen würde? Also ich weiß nicht, ob du's möchtest, wenn du's so ein bisschen naturmäßig machen würdest, dass du zum Beispiel jetzt Laubblöcke nehmen würdest und dass die quasi so nicht gerade, sondern so ganz verschieden dann quasi zu deinem Baum hoch rüber wachsen quasi so, so ein bisschen verwuchert, dass das so aussieht. Ja, das könnte ich jetzt auch machen. Das ist einfach so, nicht irgendwie nach einer Symmetrie oder einfach so, dass du dann zum Baum bis gleich auf die Höhe zu den Fackeln so irgendwie so Laub dann machst, so ganz verschieden, nicht blockartig, sondern einfach so ganz verschieden. Ja, ich würd das so machen, ich würd das wie so eine Steinfestung, so ein bisschen, so eine kleine und dann darüber kann ich ja die Blöcke packen, die Laubblöcke. Ah, das ist cool auf jeden Fall. Das kann man machen. Aber erstmal brauch ich Schwarzholz. Hast schon mal dieses riesen Ding hier gesehen von Niggi, da geht so ein riesen Keller rein. Also erst hier das und dann geht es hier so ein riesen Gang runter. Hab ich jetzt in einem Livestream gesehen, das ist riesig, riesen groß, was die hier schon gebaut hat. What the fuck, was macht die hier, ey? Ich hab mir gedacht, du bist der Einzige, der so im Untergrund so richtig aktiv ist. Nee, ich bin nicht das einzige Kellerkind in der Stadt. Genau. Ich überleg gerade, ich könnte auch jetzt mal in der Folge, was für die Dorfbewohner bauen, weil da ist uns zwei eine Quest am machen. Würde ich jetzt mal gerne ein gescheites Zauntor haben. Sehr cool. Ähm, Chris? Ja? Könntest du mir ein Gefallen tun und wenn du dann Schwarzeichen holst, da gibt es in der Nähe so einen Wald, ne? Aber die kannst du nicht hier um die Stadt herum weg machen, weil wir wollten ja um die ganze Stadt herum diese Schwarzeichen bauen, ne? Da hab ich jetzt schon einige angepflanzt. Wäre halt cool, wenn die schon da bleiben könnten. Jo, mach ich. Das ist dann wirklich ja, ihr müsst euch das so vorstellen, Leute, so wie hier, dass dann um die ganze Burg herum ist und dann ist das wirklich quasi wie Blackboard, weil es so ein ganz dunkler Wald außenrum ist und das sieht richtig cool aus, finde ich. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Weißt du, wie man den Prank das Schwächchen macht? Äh, Langsamkeit. Langsamkeit. Ich hab das gerade nicht im Kopf, ne. Okay. Hätte ich mir vielleicht Feuer mal raussuchen müssen. Egal. Das wäre eine Idee, ja. Ja, ne? Ja, eigentlich könnte man das mal so. Ich wollte meine Achse verzaubern, beziehungsweise mir... Ne, ich hab noch eine. Aber ich mach mir noch eine. Und das wollte ich auch abreißen. Mach ich jetzt mal die Folge. Wir müssen mal unsere Melonen- und Kürbisfarm abreißen und uns etwas woanders hin setzen, wo es eigentlich nicht so stört. Und da haben wir dann wieder ein größeres Grundstück frei. Ist eigentlich ganz cool. Alter, da ist auch ein richtig gut geküpter, äh, Zombie gerade. Das ist Thilo. Der ist mit unserer Start... Guck mal, der hat unsere Start-Rüstung an. Warte, ich kenn grad nicht. Ich mach grad, äh... Und da hat eine Fackel im Inventor. Also in der Hand. Wo es Thilo töten, glaub ich. Thilo, bist du's? Wo ist er? Wo ist er? Komm schon, komm schon, ich. Weil er verbrennt auch einfach nicht, weil er hat halt diese Rüstung komplett an. Also er ist so ein richtig OP-Zombie. In der Stadt oder außerhalb? Ja, ja, in der Stadt. Hier, Chris, komm hier hinten, bei mir. Ich seh's, ich seh's, ja. Und da hat einfach so eine Fackel noch in der Hand. Oh mein Gott, Thilo, bist du's? Thilo, es tut mir leid. Nein! Oben in Tims Haus ist übrigens grad ein Assassine. Was? Ein Mitglied der dunklen Bruderschaft. Oh, und ich find noch ein Zombie irgendwo. Das ist nicht gut. Hinten, ach, guck mal, die kommen ja alle aus der... Ah, wir müssen, glaub ich, mal die, ähm, Mauer innen drin beleuchten. Alter, dieser Stockfinster. Ja, wenn du meinen Gang nicht zugebaut hättest, hätt ich das gemacht. Ey, hier ist Stockfinster, ne? Krass. Fällt dir übrigens was am Rand der Mauer auf? Ach du Gott, also du hast so ein paar Fackeln platziert, ne? Also so ein paar Haaren. Alter. Krass. Okay, das ist dann richtig geil. Ich muss mir das unbedingt mal mit dem Shader dann angucken in der Nacht. Richtig krass aus. Also ich hab's mir von der Pilzinsel angeguckt, das sieht auf jeden Fall geil aus, ja. Okay, bin ich auch richtig gespannt. Und der Golem ist, äh, der hat seinen Standpunkt gewechselt. Ah, okay. Er steht jetzt bei Tim im Bücherhaus. Weil mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, warte mal, ich kann mal ganz kurz raussuchen, dass ich, dass ich's auch mal erwähnen kann, ja, wenn mir schon jemand schreibt. Ui. Ähm, da wollte ich mich auf jeden Fall bedanken für den Hinweis, da drauf hätte man eigentlich kommen können, bin ich aber nicht. Okay. Warte. Weil die hat uns dann, da hat mir eine geschrieben, bezüglich dem Golemsproblem, dass der halt immer nur an einer Stelle ist. Hat, äh, warte. Verena Petschau hat geschrieben, also ein bisschen mehr davor, und dann hat sie geschrieben, eigentlich wollte ich nur mal vorschlagen, dass ihr unter dem Eisengolem ein paar Blöcke hinsetzt, beziehungsweise abbaut, und, ähm, dann kann er weg, hat sie so ein ähnliches Problem mit einem Hasen. Hm, ja, hab ich gemacht. Ich hab ein paar Holzblöcke weggerissen. Ja, okay, okay. Aber hey, er hat sich bewegt. Hi, Eisengolem. Hi, Tims. Er ist free. Ja, mal gucken, wo er sich jetzt die nächsten 20 Folgen auffällt. Wahrscheinlich nur in der Bibliothek. Ja, er war nur in der Bibliothek einfach die nächsten 20 Folgen. Na, der will jetzt studieren. Nachdem er die Stadt kennengelernt hat, will jetzt anfangen zu studieren, der Eisengolem. Also er will jetzt hoch hinaus quasi so. Genau. Okay. Weiterbildungsmöglichkeiten ausnutzen. Das ist gut. Ich meine, immerhin hat er Ziele und Träume, weißt du? Genau. Das ist jetzt schon viel wert, weißt du? Ja, das ist wichtig im Leben. Und ich denke mal, ich werde jetzt hier was für die Dorfbewohner hinbauen. Ja, an dieser Stelle. Wollen wir das nicht lieber außerhalb der Stadt machen, sondern ein Dorf außerhalb der Stadt? Also ich meine, in der Stadt leben ja nur wir. Wir, die Herrscher des Landes. Ja, aber wir könnten ja auch rein theoretisch. Ja, das sind dann so viele. Wir haben das recht. Eigentlich wäre es auch richtig geil, so ein kleines Mini-Black Forest nochmal zu bauen. Ja, oder so ein kleines Dorf von der Stadt. Ich habe noch, das wäre zwar wieder ein bisschen größeres Großprojekt, aber das wäre eine richtig geile Idee, Tim. Äh, Tim, sage ich jetzt schon. Tim, ja. Ich bin gerade bei Tim vorbeigelaufen, sorry. Und zwar machen wir irgendwo ein Loch in die Mauer. Und da geht dann so ein drei Blöcke breiter Gang lang. Und dann kommt man noch mit so eine kleine Mini-Festung rein, quasi. Also dann nochmal so eine Mauer drumherum gebaut, quasi nur in kleiner. Und da könnten wir auch nochmal so ein paar Eigengoleums hinmachen, wegen Zombies, dass die Dorfbewohner nicht so schnell sterben. Die kriegen ja denn auch Rosen, ne? Genau. Ja. Und dass wir einfach dann so eine kleine Mini-Festung nochmal an die unsere Festung dranbauen. Aber mit selben Stil halt, dass es genau gleich aussieht. Richtig cool eigentlich. Was können wir auch machen? Oh, da kommt nochmal so ein Tilo. Mensch. Inversion der Tilos. Ist so. Da hat Tilo gemeint, er will nicht mehr im Projekt mitmachen, weil er keine Zeit hat oder Lust hat für YouTube. Ja. Und dann sowas. Ja, ja. Er ist jetzt ein dunkler Hexenmeister, der Zombies beschwört. Die auf uns hetzt. Genau. Ich habe zu viel Skyrim gezockt, es tut mir leid. Will ich aber auch mal demnächst mal anfangs Skyrim. Also habe ich jetzt geschenkt bekommen. Hast du das noch nie gespielt? Nee, aber ich habe das gespielt. Alter, du bist zu geflasht sein. Ich habe da locker jetzt schon 250 Spielstunden und es ist immer noch nicht langweilig. Vor allen Dingen mit den ganzen Mods und so. Alter, was ist so viel zu tun? Ich habe gar keine Zeit dafür. Skyrim wird dir die Zeit rauben. Verlass ich von der Nachlässige einfach so alles aus meinem Real Life. Einfach nur wegen Skyrim. Scheiß auf Real Life, Skyrim ist jetzt da. Genau. Und das ist extrem laut. Weil das geil ist, es wurde jetzt von Bethesda angekündigt, beziehungsweise noch nicht angekündigt, aber die haben jetzt einen Stand auf der E3 und da wird wahrscheinlich entweder das nächste Fallout angekündigt oder das nächste Elder Scrolls. Ja, was machst du? Ich habe auch beides richtig Bock. Was meinst du, was wahrscheinlich heißt so? Fallout. Weil Fallout älter ist und deswegen wird dann wahrscheinlich ja die nächste Fallout-Teil kommen. Aber Fallout ist wie Skyrim nur mit Waffen. Also mit Schoßwaffen. Ja, habe ich weder das eine noch das andere Mal gespielt. Echt? Das musst du nachholen. Ey, diese Spiele sind so legendär, wenn man Zeit hat. Nur wenn man Zeit hat, sind sie legendär, ne? Ja, wenn man keine Zeit hat, schwierig. Immer mal schauen wir uns, und das geht ja so nicht. Genau, also wo ist man das? Ich bin echt gespannt, wie sich unsere Stadt noch so weiterentwickeln wird so in Zukunft, also auch optisch gesehen. Die hat sich schon richtig krass entwickelt eigentlich. Ja, wenn du dir zum Beispiel das Quest-Auslogs-Video anschaust, das erste oder zum Beispiel einfach unsere ersten Folgen anschaust und was jetzt ist, das ist so krass. Das habe ich neulich mal gemacht, als ich kein Internet hatte, habe ich mir mal, weil ich das beim Essen gerne mache, Videos gucken, habe ich mir mal die ersten Folgen angeguckt, so wo wir in die Stadt reingegangen sind, da stand ja echt gar nichts. Ja, und jetzt ist einfach so richtig krass, was hier passiert ist, oder? Ja, das ist einfach alles. Äh, und noch Schöne. Wir entstanden ein paar Steine als Mauer, wird vorgeschlagen, dass wir die Mauer vielleicht nach dem Konzept weiterbauen. Mhm. Und, äh, ja. Wir hätten damit auch geplant zum Beispiel, aber das geht ja jetzt nicht mehr, allein wegen deinem Haus zum Beispiel, oder wie, äh, Niki und Tim. Das finde ich wieder schuld. Nein, 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 und Niki und Tim haben ja auch diese Höhsehäuser da rumgebaut, aber wir hatten ja auch am Anfang geplant, diese Hängebrücken von Haus zu Haus zu bauen, das wäre bestimmt auch cool gewesen. Ja, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, da hätten wir andere Häuser bauen müssen. Jetzt, guck mal, guck mal. Oh, was ist bei dir? Creeper direkt neben mir. Wo, wo bist du? Ich baue so einen Baum ab, stelle ganz gemütlich eine Fackel hin, auf einmal steht da ein Creeper und explodiert instant. Mir kommt jetzt Endgegner von Thilo, der hat komplett Goldrüstung an. Das ist richtig. Jetzt, jetzt kommen die OP, Leute. Achtung. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Dann jetzt schon mal die Folge. Nein, Quatsch. Ich bin so ein Goldzong, ey, Alter. So, und dann platzen wir hier mal Erde nochmal hin. Vielleicht sind auch die Rachegeister von Stormy und Wurgan. Würde ich das nicht so cool finden, weil ich glaube, dann wäre ich sofort tot. Ja, ey. Ja, ich glaube, es wäre nicht so gut. So, dann platzen wir hier mal ein paar Steine hin. Ich hätte mir eindeutig mehr Essen mitnehmen sollen. Ich habe letzte Folge mir mal wieder richtig gegönnt an Essens. Ja, gut, wir haben ja auch eigentlich genug. Eigentlich? Das muss das Problem sein. Doch, doch. Auf jeden Fall. Nein, nein. Auf jeden Fall nicht. Achso. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier wieder Grundstückfläche. That's very good. Very good. Ja. Weil ich hätte voll Probleme mit dem Eingang in der letzten Folge, wo ich den hin platziere, weil jetzt da natürlich selbst, nee, nicht selbst, sondern Flippos Haus steht. Direkt da, wo ich den Eingang hin platzieren wollte. Aber einfach an die andere Seite gepackt. Frag mich grad, wie wir das echt, wo wir das machen könnten. Dass wir quasi unsere Burg erweitern und dann quasi so ein kleines Dorfbewohnerdorf aufbauen. Also entweder vor oder hinter der Stadt. Also ich glaube, ich würde es besser finden, da wo die Schlucht mal war. Dass wir es da so bauen. Daheim bauen, okay. Weil vor dem Burgtor ist ja dann dieser komische kleine See da. Ja, das würde ich auch noch gerne ein bisschen mehr schöner machen. Aber wir könnten hier einen Weg her machen, wo ich gerade bin. Was ich hier auch so basehe gerade. Ja, ja. Aufgang hoch machen sowieso. Das ist hier so sehr speziell hier. Mal gucken. Ich bau das mal kurz provisorisch hier so hin. Auf der Höhe her könnten wir, ach, da gut. Da könnten wir sogar noch ein Tor. Da hätte Niki auch endlich ihr anderes Tor, was wir unbedingt mal haben wollte. Ja, das wäre ganz schön. Ja, und hier wäre perfekt Fläche dafür, ja. Dann machen wir das hinter hinter der Bibliothek quasi. Das ist ja hinter meinem Haus ein Tilos Baum da. Also in der Mitte. Da könnten wir hinten dran das so bauen. Ja. Wir könnten ja mal zusammen ein bisschen was farmen und dann irgendwie uns mal eine Aufnahme, also wenn wir beide nichts vorproduziert haben, dann machen wir einfach mal so zwei, drei Folgen am Stück und dann könnten wir sowas ja mal machen. Rein theoretisch, ne? Ja. Ich hoffe ja, wenn meine Wohnung irgendwann mal, irgendwann mal in zehn Jahren fertig ist, also meine echte Wohnung, dass ich mir denn mal besseres Internet gönne und dann auch mal Livestreamen kann, damit man da mal was größeres machen könnte. Ich werde demnächst mal Livestream machen, auf jeden Fall, um so ein paar Sachen zu machen, die keiner irgendwie jetzt sehen will, wo es nicht so spannend ist, weißt du? Ja. Das werde ich jetzt im nächsten Mal probieren. Was ich halt nicht weiß, ich kann nicht in HD-Fraktion streamen leider, das ist richtig schade, ich kann nur so 480p machen. Ah, das ist natürlich doof, ja. Und sonst kann ich nur halt was so pixel, also zum Beispiel, ich könnte, aber auch wenn es so wichtig ist, zum Beispiel Isaac könnte ich in HD streamen, aber das ist halt nicht so sinnvoll, also ich meine, das macht nicht so großen Unterschied, meine ich. Weißt du, ob du jetzt Isaac in 480p oder in HD hast, macht das nicht die Welt Unterschied irgendwie. Aber mal gucken. Aber HD hört sich halt auch immer noch ein bisschen besser an, ne? Ja, klar. HD, oh, HD, oh. HD, oh. Also jetzt, nee, nicht vom Sound her, sondern vom Ingame-Sound her. Finde ich. Wird sich HD immer noch... Ja, aber ich glaube kaum, dass es jetzt richtig viele Unterschiede macht, du sagst so, okay, das ist wirklich ein richtig krasser Unterschied. Ah, nee. Aber was ein krasser Unterschied ist, auf jeden Fall 30 FPS und 60 FPS. Und 60, ja, das ist richtig krass. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ich nehme ja immer noch in 30 FPS auf, weil ich das irgendwie nicht hinbekomme, das richtig zu rendern in 60 FPS. Okay. Aber... Das merkt man schon. Park wird kommen, wenn... Ich krieg's auch so ein bisschen. Eines Tages. Müsst du auch den nächsten in den Never gehen. In den Never gehen und einfach mal ein bisschen Neverwag fahren, weil ich wollte diese Magier-Tür aber auch noch bauen. Ja. Und so viel, was man vorhat. Da komm ich gerne mit, weil die Hölle ist ja, wie man seit ein paar Folgen weiß, mein bester Freund. Ja, gell, also da... Auch wenn du... Selbst wenn du gute Sachen hast, die Hölle überlässt dich einfach überleben, ne? Ja. Auch wenn du Witterköpfe hast und so, das sagt die Hölle, ja gut, dann nimmst du... Wenn man 4 Stacks Glowstone hat oder so, dann denkt sich die Hölle so, ey, cool, dass du das hast. Ich freu mich für dich. Ja, genau. Also ich werde demnächst mal das... Also was ich so alles vorhabe, kann ich mal erzählen. Ich möchte eine Redstone-Schaltung in unser Book-Tour reinmachen, dass wir quasi mit Pistons das auf und zu machen können und nicht dieses komische Erdzeug da haben. Ja, das merkt mich auch richtig. Ich baue das auch nie zu, weil mir das so krass auf den Sack geht. Ja. Dann möchte ich die Magier-Türme bauen und ich möchte ein Lifestyle machen, wo ich so ein paar Sachen mache und ein paar Sachen vorbereite. Und ich möchte dann für die Dorfbewohner das machen. Also wir haben da echt noch einiges vor. Ja. Also denkt man nicht hier, das Projekt ist zu Ende? Nee, nee, Freunde. Weil Folge 100 geht der Herd, hat's gerade erst angefangen, ne? Das ist wie Final Fantasy, ab Stunde 100 geht's erst richtig los. Ja, genau. So. Das darf ich irgendwie auch nicht. Ich weiß nie, ich hab immer so viel vor, wie du gerade gehört hast, aber man weiß nie, mit was ich anfangen soll. Ja, das geht mir auch immer so. Und vor allen Dingen, ich mach dann alles dazwischen. Also ich fang mit einer Sache an, mach mit einer Sache weiter. Ja. Ich hab in letzter Folge mal meinen Lagerraum unten fertig gebaut. Jetzt muss ich halt in neue Kisten platzieren. So, mal hier hin. Dahin. So. Glaub ich, glaube, das ist ja nicht so spannend, aber man könnte es jetzt einfach mal machen, dass ich einfach diesen Schritt schon mal hinter mir habe. Und zwar werde ich jetzt meine ganzen Kisten abbauen und nach unten transportieren. Ja, das werde ich jetzt mal machen. So, das kommt mir weg. Wollt mir vorher einfach mal ein paar Kisten craften, ich das immer so hin und her schieb. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja. Und du bist gerade irgendwo im Wald und, äh, Filsbeine? Genau, ich hab gerade Oakwood gefahrend und bin auf dem Weg zurück und werde mich wahrscheinlich wieder verirren und in zehn Folgen irgendwann zu Hause sein. Bist du in diesen Oakwood-Wald in der Nähe von, äh, Volksbach hingegangen, oder? Ne, ich bin genau in die andere Richtung. Oh, okay. Also ich hatte da schon mal einen gefunden vor geraumer Zeit. Weil einer ist ja richtig nah bei uns, ne? Und musst du gar nicht weit laufen. Ja, ach, ich bin jetzt ganz woanders. Na, weit, weit entfernt dem Land. Genau. Aber unsere Stadt, denke ich mal, findet man recht gut wieder. Wir haben ja gute Beleuchtungsmöglichkeiten. Jawohl, Gott sagen. Oh, ich hab gerade Mega-Lags. Oh, 5 FPS. Wow, 5 FPS. Okay. Das sieht jetzt ein bisschen eng aus, aber ich finde, das ist trotzdem okay hier beim Lagerraum. Ich finde, das ist ganz okay. Und ich mach jetzt erstmal hier alles rein. So. Ihr seht, dass dieses, dieser Mod ist richtig geil mit innen toll tweaks. Da musst du Shift und Latterste drücken und dann kannst du dein komplettes Inventar auf einmal entleeren. Das ist richtig geil. Das ist nice. Dann Kiekiste auch mal abbauen. Ich hätte meine Axt mitnehmen sollen. Hier nicht einfach in die Kiste legen. Das mache ich nochmal schnell. Und die KI, die der Skelettbogen schützen, ist ja auch richtig dumm, ne? Die kommen näher. Was ja für Fernkämpfer eigentlich eine schlechte Idee ist. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde, die Bogenschützen, also die finde ich trotzdem richtig krass, die Skelette. Also was die, die manchmal treffen. Die sind auf jeden Fall am nervigsten. Also was hätten die sonst für ein Aimboot drin? Also ich finde den Kuiper nicht so schlimm wie jetzt so zwei Skelette. Am besten bist du noch im Wasser und versuchst wegzuschwimmen. Ja, das hatte ich eben gerade. Dann kommen so Skelette, da brauchst du nichts mehr. Ne, dann kannst du nichts mehr machen, ne. Oh, und die Folge ist auch schon bald wieder vorbei. Mann, das geht so schnell alles. What the fuck? Echt schon? Ja, wir sind schon bei 20 Minuten gleich. Ja. Also wir sind jetzt ungefähr bei 19 Minuten. Ich habe jetzt schon die Tonaufzeichnabe ein bisschen früher gestartet. Aber es bin echt super schnell. Ich versuche noch schnell zur Stadt zurückzukommen irgendwie. Mhm. Kannst du noch eine Folge aufnehmen? Ja. Dann wollen wir noch eine aufnehmen danach? Ja. Dann machen wir das auf jeden Fall. Dann kommen wir hier nämlich mit allem ein bisschen besser voran. Und wer weiß, vielleicht, wir können mal gucken, wie viel Stein wir haben. Das ist schon mal so die Grundrisse ziehen dafür. Für das andere. Aber Stein habe ich im Moment extrem viel verbraucht, weil ich das alles für meine Gruft brauchte. Ja? Ja, naja, du kannst ja mal kurz runter gucken, solange ich hier noch am Zurücklaufen bin. Ich mache das lieber nächste Folge, weil ich gerade die ganzen Kisten hin und her räume. Dann mache ich das nächste Folge, okay? Okay. Dann habe ich auf jeden Fall nicht mal meine ganzen Kisten hier weg, weil die will ich schon lange weg haben aus meinem Haus. Kannst du mir kurz deine Koordinaten sagen? Ja, die sind bei, warum habe ich gerade noch 40 Stunden, ist, 469, warte, ich kann den mal so hinschreiben. Bei X, ja. Und dann Z ist 394. Cool, ich bin gerade bei X 1200 und Z bei 66. Oh, ein bisschen, ein bisschen weit weg und gut, dass ich in Caps geschrieben habe, oder? Guck mal, wie du siehst, das sind Koordinaten. Nice. Ich hoffe, du kannst damit viel anfangen. Ich kann damit super viel anfangen. Okay, das ist gut, das ist wirklich gut. Ja. So, und die Kisten werde ich dann mal im Livestream oder sowas sortieren hier, weil das mache ich nicht in der Folge, das ist nämlich, das langweiligste und nervigste auch für einen selbst, was es gibt, wenn man Kisten sortieren muss. Ja. Aber dann habe ich es zumindest schon mal aus dem Haus runter nach dem Keller. Das ist schon viel wert. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist weg. Gut, jetzt liegt ja richtig wertvoll und Stuff rum. Und? Und? Und was siehst du denn? Also, was für ein Biom bist du gerade? Ich bin im Sumpf. Okay, ich Sumpf weiß ich gerade gar nicht, wo eben was ist in der Nähe. Sumpf müsste eigentlich, direkt wenn wir aus der Stadt rausgehen, ist ein Sumpf, aber ich weiß nicht, ob der das ist. Du bist ja nicht so weit weg. Ich meine, eigentlich könntest du schon finden, gerade in der Nacht, oder? Ich meine, deck dich doch mal ein bisschen hoch. Ah gut, das ist schon wieder Tag, okay. Ich kenne jetzt die Koordinaten, also von daher. I know how to do it. Und auf jeden Fall schon über 20 Minuten. Okay, ich verlasse den Server. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, ciao. Euer Mystery. Und tschüss.